Denkst du du kannst mich schlagen? Ach geil wir haben auch einen Greifer Betäubungsgranaten Ballistischer Langstock Äh Das wars schon Okay Und Ach wie geil Also nochmal kann ich hier Ach du scheiße wie geil ist das denn? Was haben wir denn hier sonst noch? Nervenbombe Also Deathstroke ist gut ausgerüstet Probieren wir doch mal Au Ach das ist ne Mine okay Annäherungsbombe Und hier Ich denke wir bleiben hier aber bei dem ballistischen Langstock Ja Weil wir damit irgendwie die Gegner viel besser durch die Gegend kommen können Das ist eigentlich ziemlich geil Ja dankeschön gleichfalls Eieieiei Was vielleicht irgendwie ein gutes Spiel hier aus Deathstroke sich vielleicht irgendwo durchzuspüßen ist Ist doch lustig Mal ist die Schalangstock Mal ist die Schalangstock Na das geht doch Boah ich find der schaut eigentlich der schaut doch ganz gut aus hier muss man Geh mal zugeben, das ist aber... Tareem! Aua! Dein bester Wurf! Die Karnickel! Bist du Hase? Würst du jetzt deine Babys? Weird! Das geht ja ganz gut mit dem hier. Durch die Schmerzen. Ihr sollt nicht darüber lachen. Das ist ein E-Pusher-Kampfanzug, ja? Was in Stücke willst du nicht schneiden, finde ich aber nicht gut. Alter. Hahaha. Das geht aber ziemlich gut hier. Nicht schlecht. Runde 4. Wurde. War's das immer noch nicht? Hammer. Versuch's doch! Was? Wieder werden dich platt, Maxi. Da find ich gern mal Deathstroke einfach mal. Also so ne Idee das... Was habt ihr denn hier schon wieder gekommen? Ich hab dir meine Bronos auch noch gefunden. Pam, pam, pam. Au, das war ja jetzt nass. Oh, das war ja jetzt nass. Ahchein. Bane HQ Yay, wir haben hier einen Preis So, Vado, neue persönliche Bestleistung Das ist ja jetzt auch nicht so schwer Ne, wir lassen das mal Und gehen mal hier in die Leichenhalle Im Sinne daraus erschließt sich mir zwar gerade nicht Aber, ja Mal gucken, wo müssen wir denn hinsehen Hier gibt's, ne, was ist hier Was ist da Ach, das sind Drögen Wo müssen wir denn eigentlich hin Wir müssen hier nach Burnley Was gibt's denn hier in Burnley gibt's Drögen Moment Dann würde ich aber hier direkt Shiva's Test machen Und dann fliegen wir hierher Was ist da los? Stopp! Was ist da los? Was tust du? Ich kann sie nicht guten Gewissens gehen lassen Sie sind diesen Killern unterlegen Und was? Sie sind kein harter Ordnungshüter Sie sind ein junger Mann mit einem Fond zu viel Zorn Sie sind dem nicht gewachsen Und ich, ich will nicht, dass sie deshalb sterben Erfurt, wen siehst du, wenn du mich ansiehst? Den Jungen, dessen Schuhe du jeden Morgen gebunden hast? Den Teenager vor seinem ersten Date? Wer du nachts hier bist, denn ich da draußen Das Einzige zwischen den Unschuldigen und den Raubtieren Nein, nicht wahr sein Es ist Wenn der Räuber oder Dieb zweimal nachdenkt Das ist Angst Das ist, was ich bin Deswegen kamen die Killer Weil ich der Grund bin, dass sich die Kriminellen auf die Mordendämmerung freuen Also nein, Erfurt Ich bin dem gewachsen Das wird nicht in meinem Ende sein Aber ihr ist ganz bestimmt Ich hoffe, Sie verstehen, dass hier nicht einfach ist Ich weiß, dass das nicht geht Ich muss einen anderen Weg hineinfinden In der Tat Sir, es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe Ich hoffe, Sie verstehen Es war nur, weil... Schon gut Ich verstehe Hm Ist ja niedlich, dass der Euphil da Sorgen macht, aber... Na So, hoffentlich haben wir jetzt hier den richtigen Shivas Achso, wir müssen also mehrere Tests bestehen Finde ich ja süß Wie in der Schule Kammer Hier drüben Äh Nee So, wo genau Ach, der schreit hier rein Moment, ich such grad hier deine Position Du müsstest hier Ja Hier Ja, heul doch, wo denn Da müssen wir rein Na gut, jetzt hätten wir eigentlich an der Farbe der Tür erkennen müssen Ich hab da was Gleich bist du frei Zappel nicht so rum Gut gekämpft Daher gewähre ich dir einen schnellen Tod Was? W-w-w-w-w-w-w-w-www Okay, also so können wir ihn auf jeden Fall nicht retten Naja gut Das werden wir doch wohin bekommen Oh nein. Nein, 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 nein. Bitte tun Sie mich nicht mehr. Ich habe nichts gemacht. Sie haben mich angegriffen. Gefesselt. Ich will nicht sterben. Mann, hat der Moves drauf, ey. Boah, da möchte ich hier direkt so Techno-Mucke drunterlegen. Das ist hier Hardstyle-Tanz, was der da macht. Ja. So schaut es bestimmt auch aus, wenn ich hier jetzt anfangen würde zu tanzen. Warum der sich auch immer so dreht. Gucken, hier müssen wir rein, ne? Gucken. Sicherung, demontieren. Au. Ja, das Klingducken bringe ich jetzt übrigens auch zusammen. mehr oder weniger au Pam Schockhandschuhe sind uns durch die Gegend schnitzeln schreut Pam 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 na, der Taman 3 Ninja naja gut dann müssen wir es halt auf eine andere wo hab ich denn wo ist denn jetzt der fängesteuerte Ballarang warum liegt jetzt auf ist gleich was ist mit der Störung passiert na gut hier kommt man nicht raus Aber unser Ballerang tut's. Ah. Ich geh jetzt... Ah, wir kommen wahrscheinlich doch raus. Am Griff! Wow. Das war jetzt... Hardcore hier. So. Hm. Gut, mein erster Ansatz war nicht falsch. Sagen wir mal so. Keine Sorge, tanzen... Keine Sorge, ich mach ja schon... Tanzen sie so lang einfach weiter. So, und... Demontage. Schade, dass ich die nicht entwaffnen kann. Ähm... Find ich jetzt nicht nett, was die da machen. Aber... Find ich nicht nett. Doch nicht nett. Jetzt... So, halt halt halt, das ist der da. Au! Weicht von mir! Ich bin Elektroball. Der, bei dem alle das Schreiben fangen. Hm. Amateure. So. Gut, dann kommen wir da jetzt hier wieder raus. Warum die auch immer unser Seil kaputt gemacht haben, finde ich jetzt nicht so toll. So, können wir den Typen da jetzt runterlassen oder reckt der uns? Immer noch. Äh... Und ist er jetzt tot? Huh, er kann schwimmen. Und Digo. Und Digo. So. Ich sollte eine Blutspur finden können. Ich denke, das machen... Ach, hier direkt. Moment. Ah ja, Blut. Das sollte mich zu dem anderen Polizisten führen. Was? A plus. Ja ja, Biologie ist schon was Schönes, nicht? Aber ich dachte, es war ein Polizist und keine Polizistin. Mein Gott, wir werden sehen. Mal lucky, lucky. Hier geht's weiter. Ach schön, wir haben hier so eine gepunktete Linie. Das ist ja ganz toll. Die nutzen wir natürlich hier direkt. Danger, danger. Alles gefährlich. Da schliegt Schnee. Danger, danger. Boah, dann schauen wir doch direkt mal, wo uns das Ganze hinführt. Bei uns. Das Ganze. Ja, ich glaube, wir arbeiten für einen Dicker. Einen Typ an Sprechen. Der, der den Joker ausschalten wollte. Wir sehen hier aus. Raue Typen im Knast. Lust. Akzent, wenn nicht von hier. So viel steht fest. Und nachdem, was? So, kommen wir auch sogar so drüber, das ist mal was ganz schönes.